Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Drakade im Kühnlingen. Wir fahren den Kalttrailer zurück zum Hof. dann werden wir das die aussatz vorbereiten zur zeit ist unterwegs übersatz kann man sagen weiter ist und wenn der fertig ist dann wieder haushalt beginnen wer noch die haushalt die maschine auffüllen jetzt noch ein kalt behälter den moment steht noch rum vorledigt ein bisschen faul sind dann machen wir eine rühmung groß schön dass geht können wir mal gucken wegen reparatur garantiert die b b b b Gut. sieht gut aus das ist mal nicht schlecht auch schon so weit so LKW der hat noch Zeit die Möhne aufhören den fahren wir hin wie so ein Platz ist oder Dingverkehr da sind wir nicht mehr ab dem Werfer die Lern haben noch gefehlt so geht auch vorwärts war Pärbel am liebsten KMH das ist egal, aber die haben nur passen und dann Dünger dann schwer für Taktor wird so von uns getroffen sein ganz so schwer wirkt noch die Achse dann oder weise jetzt ist die Kunst hier und das Ding genau so hin zu hängen dass er Dünger einwirft nicht ganz so einfach nicht ganz so einfach Dach das war wirklich das war super die Taktion mir wird ein bisschen nachher zu viel ist durch der Nächste Abdeckung Soll es sein Das war einfach Soll es sein Soll es sein Untertitelung des ZDF, 2020 Wir können gehen auf den Wofa, aber wirklich gar nicht. Wir können gehen auf den Wofa, 2020 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 aber zu viel gefälle aber wir können ja gleich kurz überlegen gut geklappt, das andere ist in der Aureitung Dünger da drinnen, ja, hat er gerade bekommen das Akku bauen ist noch ein richtiges Spiel so kann er mal arbeiten dann werden wir gleich die Rundballen hinterher sammeln dann werden wir ja nicht wegrollen fahrt mit dem Dich reinkommen fangen wir oben an hier ist die Ausrunde geführt jetzt fahrt mit dem Dich reinkommen fahrt mit dem Dich reinkommen da ist der Akku leer der Headset hoffe nicht, dann geht Ton weg, ne fahrt mit dem fahrt mit dem Mikro fahrt mit dem Dich reinkommen fahrt mit dem Dich reinkommen ah wird nur eingeschränkt das soll es für die heutige Folge gewesen sein hoffe es hat euch gefallen ansonsten würde ich mich freuen ganz gerne meinen Like danke schon mal ein Apo wäre auch nicht schlecht Apo wären kostet kein Geld kostet kein gar nichts keine Verpflichtung alles kosten und alles gratis danke schon mal ansonsten hören sehen wir uns bei gefallen oder nicht ich hoffe es gefallen hat dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge tschaui dann sehen wir uns wieder Untertitelung des ZDF, 2020